ja aha des is die nummer 1 ja des deutsche Rapp jungen guck mal Kinderhaus guck auf Kinderhaus Die Kinder flippen mich hier aus, kommen zwölf Jahre alt, sagt die Polizeichen halt. Das ist Kette Nummer eins, und wenn es da gibt's, so wie es geht, der crackt und danach eingecheckt, was willst du tun als normaler Bürger ein Kinderhaus? Als alter Mensch will man so schnell wie möglich hier raus. Hier wird man abgeschossen, mit Benzin, abgegossen und danach verbrannt. Die Kinder finden uns so amüsam, yeah, so fühlt man sich ein Kinderhaus. Willst du mit jungen Jahren gerne schon die Hölle sehen? Da kommt auch Kinder aus, so wirst du's glaub ich, nie verstehen. Es ist nicht gut zu leben in diesem Drechsel, dort machst du das Leben, hör auf mein Wort, yeah, aha. Willst du mit jungen Jahren gerne schon die Hölle sehen? Da kommt auch Kinder aus, so wirst du's glaub ich, nie verstehen. Es ist nicht gut zu leben in diesem Drechsel, dort machst du was aus deinem Leben, hör auf mein Wort, yeah. Wenn du Gangster bist, dann komm nach Kinderhaus, sogar als Gangster ist man nicht hier zu Hause. Ghetto leben ist nicht so leicht, wie man wahrscheinlich schon weiß, du kannst hier jederzeit sterben, sogar auch morgen vielleicht, du brauchst ne Knarre. Hier man, wenn du sicher sein willst, es reicht einfach nicht, wenn du hier ganze Zeit chillst. Aktiv sein ist die richtige Wahl, ansonsten erlebst du hier Qual. Ja, Kinderhaus ist das Arschloch der Welt, hier wird man überhaupt nicht erhält. Geh wo anders hin, das ist besser, my man, ne. Gute Kindheit ist doch das Wichtigste von allem, was man alles so braucht, yeah. So fühlt man sich in Kinderhaus, cheer. Willst du mit jungen Jahren gerne schon die Hölle sehen? Da kommt auch Kinder aus, du wirst es glaub ich, nie verstehen. Es ist nicht gut zu leben in diesem Drechsel, dort machst du was dein Leben, yeah, hör auf mein Wort. Willst du mit jungen Jahren gerne schon die Hölle sehen, denn da kommt man auch genau aus. Du wirst es glaub ich, nie verstehen. Es ist nicht gut zu leben in diesem Drechsel, dort machst du was aus dein Leben, hör auf mein Wort, yeah. In diesem Arsch der Welt ist man nicht sicher, man hört auch in den Ecken übergekicher. Ja, Kriminalität ist ja Thema Nummer 1, anderes Thema gibt uns das nicht. Geboxt, geraubt und getippt, es geht nicht mehr, denn das gefällt dir jedem unzersehr. Hau bloß ab und nicht geopfert zu werden, oder willst du zu gehören zu den behinderten Herden, Homie, das ist die Wahl der Qual, gäster Leben, Kriminelle oder Streberlein. Doch nein, das ist nicht das Ende, wir reichen uns die Hände und überleben gemeinsam als Helden in dieser beschissenen Welt, yeah. So fühlt man sich, was denkst du, hm, im Kinderhaus, Master Chair, DJ, DJ Jerry. Yeah, was denkst du, 2006. Ghetto Kinderhaus, yo. Aha. Wähl uns. Yeah, mach das, Junge. Du hast dich mit dem Fall schon angelegt, glaub mir. Bitte. Ja, mach das, Junge. Und du hast dich mit dem Fall schon angelegt, glaub mir. Ja. books. Vielen Dank.